Hallo, ich bin der Elias. Hallo, ich bin der Typhon. Hallo, ich bin der Leonhard. Hallo, ich bin der Rumpler David. Ich arbeite beim Autohaus Bickling-Schlinz. Ich bin angestellt als Kfz-Mechaniker-Lehrling. Also, ich richte Autos wieder, dass sie zum Fahrer sicher sind, dass man auch kürig bremsen kann, dass der Motor nicht beschädigt wird und dass einfach alles passt. Ich bin der Lorenz Schallert. Ich arbeite beim Autohaus Bickling-GmbH. Ich arbeite als Karosseriebautechniker. Meine Aufgabe ist eigentlich, zum Player neu zu richten, zum E-Schweißen, zum Lackieren, einfach die Autos wieder in Schuss zu bringen. Also, ich mache eigentlich ein kaputtes Auto, führe zum neuen Auto. Ja, ich bin der Gerhard Bickl, der Geschäftsführer von der Autohaus Josef Bickling-GmbH. Die Lehre bei uns im Haus ist insofern sehr interessant für den Lehrling, der sich für den Beruf als Karosseriebautechniker, Kraftfahrzeugtechniker oder auch in den kaufmännischen Berufen Rundungsauto interessiert. Also, beim Bickl ist es gut, dass man den Lehrlingen auf den Lehrlingen gut schaut und dass man einen guten Umgang hat mit dem Lehrling, dass man auf den Lehrlingen schaut und dass sie viel zu machen haben. Wenn ich eine Lust und belästige Ausbildungsstelle habe, kommt zu uns! PS2 PS1 PS3